Servus! Da sind wir doch wieder. Endlich wieder vernünftigen Essen. Das war's für heute. Wir haben heute Regeneration gehabt im Training. Wir hatten ja gestern das Testspiel gegen KSC, ein guter Test, ein guter Start des Trainingsleimers und haben heute ein bisschen regeneriert, ein bisschen mit Spaß und Freude. Wir haben Fußball-Tennis mit eingebaut und haben den Tag erstmal ruhiger. Glückwunsch! 5! 1! 2! Noch mehr! Ja! Gut! Gut, gut, gut! Gut, gut, gut! Gut, gut, gut! Komm, komm! Komm, komm! Yes, man! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Wir sind okay! Krieg! Was haben wir denn? Danke, man! Ja! Nein, 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 nein! Ja, nein, nein, nein! Wir packen das runter und fährst einfach mal rechts los. Dann kommt die Frau und sagt das mal Ey, ey! Ich so, boah, scheiße! Stimmt ja. Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Grüß Gott! Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Also die letzten zwei Tage waren knackig. Gestern viel Sprinten, viel 11-11, intensive Sachen. Heute nochmal Kleinfeldturnier und kurze Sprints. Also wir sind am arbeiten. Zeit, Zeit, Zeit! Supervoll! Oder nicht! Mehr! Kommt! Lang, lang, lang! Zwei! Wieder rein, wieder rein! Linie, Linie, Linie! Dann geht Fabio mit! In einem Trainingslager müssen wir nochmal das i-Tüpfelchen setzen für die Grundlagenausdauer und alles drum und dran. Fabio, geh mal weg dahinten. Und... Du merkst ja, hier sind nur Clowns unterwegs. Du merkst ja, hier sind wir noch nicht. Ja, ja, die B's back! Adrenalin pumpin' through my veins, can't relax. Original, I am not the same as these cats. I sting them if they never ever mind and they beeswax. I don't have a cat, but I'm wearin' like three hats. Never been a rat, but I know where the cheese at. You'll never get a trophy, cause they all here where we at. You better believe that. When it's all said and done, I'll still be here standing. Never took a loss, and it ain't somethin' that I'm planning. I dare you to say somethin', my focus is 8-1. Every dog has it's day, it's been mine since day one. This is real grindin', I'm still climbin'. While you still tryin', I'm still shinin', it's real blindin'. And I'm gettin' hotter too, talkin' top two, I'm not a two. You let the pressure bother you, and I do what I gotta do. Let's go home! Outro music Outro music Outro music Good, good, good. Good, good, good. Good, yeah. Auf geht's! Auf geht's! Hüfte, Schienbein, Gump! Hüfte, Gump! Schienbein, Knie, Hüfte, Fuß, Knie, Gump! Aaaaaaah! Helfen, Wicke! Bewegen kommen! 3, 2, 4! Sieben, Minus2! 4 mal eins! Ja, Marc, Junge! Gut! 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 Ja! Die letzten zwei Einheiten. Morgen Abschlusstraining, Sonntag Spiel, Sonntag Regeneration und dann ab nach Hause. Und nächste Woche wird's weiter. Und nächste Woche wird's weiter. Jetzt füch mal! Hey, ich höre jetzt! Ich muss mir hier stehen! O.S.V.D. 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 O.S. O.K.